Dann können wir starten. Hallo und herzlich willkommen und ich möchte starten mit einer Frage. Wer von euch ist denn finanziell frei? Mal kurz um Handzeichen oder im Chat. Und falls der ein oder andere das noch nicht ist, woran scheitert es denn? Oder warum nicht? Was ist denn schiefgelaufen? Wer ist denn da schuld daran? Dann müsst ihr jetzt nicht mir beantworten, sondern überlegt euch mal die Antwort für euch selbst. Falls jemand wissen möchte, wie ihr in den nächsten vier Monaten ein Zusatzeinkommen von mehr als 10.000 Euro aufbaut und das Ganze von zu Hause in eurer Freizeit, dann hört mir bitte in der nächsten Stunde ganz, ganz genau zu und dann werde ich euch helfen, vielleicht die ein oder andere Antwort auf folgende Fragen zu finden, nämlich warum 10% der Menschen auf der Erde 90% des Geldes besitzen, was denn die neue wirtschaftliche Evolution der Welt ist, wie ihr diesem geschlossenen Club beitreten könnt, dadurch Miteigentümer von Unternehmen werdet, zu denen ihr sonst vermutlich keinen Zugang hättet und damit passives Einkommen erzielt, ein millionenschweres globales Geschäft aufbauen könnt und ganz am Ende erfahrt ihr auch noch, wie ihr ein Geschenk bekommen könnt, beziehungsweise vielleicht sogar mehrere Geschenke. Herzlich Willkommen bei NEW. NEW, das steht für die New Economic Evolution of the World, also die neue wirtschaftliche Evolution der Welt und worüber wir heute reden, das ist einmal Bildung. Die meisten von uns sind Gott sei Dank gut genug ausgebildet, um zu wissen, dass wir für unser Geld arbeiten müssen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Gehen wir zur Arbeit, verdienen Geld, was wir aber leider nie gelernt haben oder, sagen wir mal so, wir wurden nie gut genug ausgebildet, um auch zu wissen, dass dieses Geld, für das wir arbeiten, auch sehr gerne für uns arbeiten möchte. Menschen, die sowas wissen, nennen wir Investoren und Investoren haben verstanden, dass Arbeitslosigkeit nicht nur ein Problem der Menschen ist, sondern auch ein Problem des Geldes. Arbeitsloses Geld ist nämlich unglückliches Geld. Es ist ganz, ganz unglücklich in deiner Hosentasche, es ist ganz unglücklich in deiner Brieftasche und am allerunglücklichsten ist es auf deinem Bankkonto. Wenn Geld nicht arbeiten darf, dann bleibt es nicht lange bei euch, sondern es wandert ab. Es wandert in die Taschen eines reichen Menschen, der das mit dem Geld macht, was es am liebsten tut, es nämlich investiert in zum Beispiel ein Investitionsportfolio. Und dort macht das Geld das, was es am allermeisten liebt, es arbeitet hart, es macht viele, viele Freunde und es wächst. Und das ist der Grund, warum Investoren immer mehr und mehr und mehr Geld produzieren, während wir oder Otto Normalverbraucher das nicht tun. So schaut zum Beispiel ein Portfolio eines reichen Menschen aus. Der hat vielleicht auch sein Arbeitseinkommen, aber zusätzlich hat er ganz viele verschiedene Bereiche, in die er investiert ist. Und all diese Bereiche haben eine sehr, sehr angenehme Eigenschaft. Die bringen ihm nämlich monatliches, passives Einkommen. Und für all diejenigen, die jetzt glauben, uff, so etwas kann ich mir niemals leisten, ich darf euch beruhigen, so ein Portfolio aufzubauen ist möglich, mit weniger als das, was die meisten von uns täglich für Kaffee oder Tee ausgeben. Bevor wir weitergehen, darf ich mich kurz bei euch vorstellen, für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Sonja Mayer, ich bin Unternehmerin und Privatinvestorin. Ursprünglich komme ich aus der Verfahrenstechnik, bin spezialisiert auf industriellen Umweltschutz, arbeite zurzeit auch noch als Professorin für Erneuerbare-Energie-Technologien auf einem Kollek, arbeiten unter Anführungszeichen, weil jetzt ist ja alles zu, also, hm, ist gerade ein bisschen schaumgebremst, meine Tätigkeit, also meine Lehrtätigkeit. Ich bin ausgesprochene Krypto-Enthusiastin, bin außerdem mega stolze Mama eines elfjährigen Sohns, und bei New, the New Economic Evolution of the World, bin ich zurzeit consultant. Und ich bin zu diesem Projekt gekommen, wirklich wie die Mutter, wie die Jungfrau zum Kinder, durch ein Foto, um das kurz zu machen. Ein Foto in einer WhatsApp-Gruppe hat mich so neugierig gemacht, dass ich angefangen habe, mich über diese Technologie zu informieren und dann auch mit demjenigen, der das Foto gepostet hat, einfach mehrere Gespräche hatte. Und was der mir erzählt hat, hat mich komplett abgeholt. Also das war für mich eine Chance, die man nur einmal im Leben erhält. Und deswegen bin ich sehr froh und dankbar, dass ich hier mit dabei sein darf. Das ist das Portfolio, in das ich investiert habe. Das ist das Portfolio von New. Das werden wir uns dann noch genauer anschauen. Aber nachdem ich das jetzt gesagt habe, ganz kurz noch als Hinweis für euch, wir reden heute nicht über irgendeine Finanz- oder Investitionsberatung. Wir verkaufen auch keine Aktien und keine Token. Sondern was wir bieten, ist ein Bildungsprogramm. Die Möglichkeit, an diesem Bildungsprogramm teilzunehmen. Und das Bildungsprogramm wird euch die Grundprinzipien für die Schaffung und vor allem auch für die Erhaltung von Wohlstand vermitteln. Und für die Teilnahme an diesem Programm erhaltet ihr einen Bonus in Form von sogenannten Crew-Token. Der Crew, das ist ein Security-Token. Was das bedeutet, erkläre ich euch dann später auch noch. Und ihr erhaltet quasi Anteile an diesem Portfolio, das ich euch vorhin gerade gezeigt habe. Das Portfolio startete 2014 mit 26.000 unglücklichen, arbeitslosen Dollar und ist mittlerweile gewachsen auf 404 Millionen hart arbeiteten, glücklichen Dollar. So, und ich darf euch bitten, eure eigenen Recherchen anzustellen und Untersuchungen und das hier bitte heute nicht als irgendeine Art von Finanz- oder Investitionsberatung. Gut, dann können wir in Medias Res gehen. Der eine oder andere wird vielleicht schon mal gehört haben, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Warum ist es denn so, dass 10% des Geldes unter 90% der Menschen aufgeteilt werden? Hat irgendwer eine Ahnung? Oder warum um 90% des Geldes dann nur 10% der Menschen? Da läuft ja irgendwas ganz, ganz verschief. Es mag viele komplexe sozioökonomische Gründe dafür geben, dass das so ist. Meiner Meinung nach liegt der Hauptgrund darin, dass unser Bildungssystem in den Anfängen der industriellen Revolution entstanden ist. Das ist also darauf ausgerichtet, um uns gut genug auszubilden, einen Job zu finden und den zu behalten. Und da hängen die meisten Menschen dann auch fest. Also hier auf der linken Seite dieses Quadranten, der stammt übrigens von Robert Kiyosaki, dem Autor von Rich Dad Poor Dad. Und den allerwenigsten Menschen gelingt es, von der linken Seite, vom Arbeiter oder Kleinunternehmer, auf die rechte Seite zu gelangen, nämlich Geschäftsmann zu sein. Und noch weniger Menschen gelingt es dann, wirklich Investor zu werden. Warum? Weil vielen das Wissen fehlt, weil vielen auch die Möglichkeiten fehlen. Also die haben gar keinen Zugang zu wirklich interessanten Investitionen. Und oft braucht man wirklich eine Stange Geld, um überhaupt in ganz interessante Objekte investieren zu können. Das ist der Grund, warum sehr, sehr viele hier auf der linken Seite festhängen. Auf der rechten Seite, die Menschen haben allerdings eines geschafft, was die Linken nicht schaffen. Die haben sich unabhängig gemacht von ihrem Einkommen, also von einem einzigen Einkommen. Linke Seite, Arbeiter, Unternehmer, die sind abhängig von ihrem Lohn, von ihrem Gehalt, von ihren Einkünften, wenn ich als Einzelunternehmer oder Kleinunternehmer mit maximal 50 Angestellten unterwegs bin, immer noch abhängig von meinem Unternehmensgewinn. Geschäftsmänner und Investoren, die haben es geschaffen, geschafft, mehrere Einkommensquellen zu schaffen und vor allem passive Einkommensquellen zu schaffen. Das heißt, die müssen nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen, sondern die haben viele, viele glückliche Dollar, die jedes Monat hart für sie arbeiten und automatisch Geld in die Börse spielen. Und das ist auch der Grund, warum die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Dazu kommen noch zahlreiche andere Schwierigkeiten, mit denen wir im Moment konfrontiert sind, sei es jetzt Umweltverschmutzung oder permanent steigende Preise, während gleichzeitig die Gehälter fallen. Pension wird für viele Menschen unmöglich oder ist es bereits jetzt schon? Ihr müsst euch nur vorstellen, ihr arbeitet 40 Stunden die Woche, 40 Jahre lang, um dann 40 Prozent von dem zu erhalten, was heute schon nicht reicht. Es kann nicht funktionieren. Die Menschen sind gezwungen, länger zu arbeiten, brauchen aber natürlich auch Jobs, um länger arbeiten zu können. Und da haben wir das Thema der immer stärker steigenden Automatisierung, die immer mehr Menschen ersetzt. Die Arbeitslosenrate steigt. Das heißt, die Jobs sind gar nicht mehr vorhanden und dass das früher oder später zu Unruhen und Revolutionen führen wird, ist, glaube ich, kein großes Problem und wird auch niemanden großartig verwundern. So, und dann steht man plötzlich ohne eigenes Verschulden vor dem Nichts. Man hat seinen Job verloren, ihr braucht euch nur die Situation heute anschauen. Wer hätte gedacht, wer hätte vor zwei Monaten gedacht, dass wir plötzlich in einer Situation sind, wo Menschen ihre Arbeit verlieren aufgrund eines Virus, der gerade umgeht. Und ganz schlimm trifft es halt jetzt wirklich diejenigen, die von diesem einen einzigen Einkommen abhängig sind und absolut nichts an dieser Situation tun konnten und sie auch nicht verursacht haben. Also, wir haben nicht die schlechte Leistung erbracht, um eine Kündigung zu verdienen und Anführungszeichen, sondern war wirklich vollkommen unverschuldet in diese Situation gelangt. Wichtig ist, dass uns das die Augen öffnet, wie schnell es gehen kann und dass wir sowas in Zukunft vermeiden und um so etwas zu vermeiden, da braucht es Vordenker, da braucht es Visionäre, die über den Tellerrand hinausschauen und da braucht es Menschen, wie zum Beispiel André Kofratow, unseren CEO und Firmengründer. Er ist auch der Autor und Gründer der Academy of a Private Investor. Er ist multidisziplinärer Investor, Geschäftsmann, hat auch das Crypto-Unit-Programm in das Leben gerufen, außerdem Moderator einer Fernsehsendung. Er wurde vom Mellon Ridge Magazine und vom Finance Times zum besten Business Coach für finanzielle und investitionsorientierte Persönlichkeitsentwicklung in 2018 ausgezeichnet. Außerdem hat er auch die Medaille Friedenstaube des Verbandes World Generals for Peace erhalten und André Kofratow ist ein wahrer Meister der Traumrealisierung. Er selbst hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Investment und Business. Sein Ziel ist es, eine Million Menschen zu helfen, selbst Millionär zu werden. Also er selbst ist Milliardär, hat es nicht mehr nötig zu arbeiten, aber er möchte teilen. Er möchte es nicht nur für sich selbst genießen, sondern er möchte mindestens 15% der Weltbevölkerung finanziell ausbilden und damit dafür sorgen, dass sie selbst auch in den Genuss dieses angenehmen Lebens kommen, das er führt. Er hat außerdem die 8 Regeln des Privatinvestors entwickelt und er bietet mit New eine Chance für jeden Miteigentümer an einem globalen Investmentportfolio zu werden und damit auch die Möglichkeit Anteile am Gewinn dieses Portfolios zu erhalten und das Ganze ein Leben lang. Das ist unsere Mission, das ist es, wofür die neue wirtschaftliche Evolution der Welt steht. Wir möchten Wohlstand global verteilen, wir möchten, dass alle Menschen in Sicherheit und Schutz leben können, wir möchten allen Menschen ermöglichen, an der Wertschöpfung hier der Unternehmen und auf dem Planeten teilzunehmen, allen Menschen das Recht geben, in Wohlstand und Glück zu leben und natürlich auch ihnen die Möglichkeit geben, dass sie das Leben ihrer Träume führen. Diese Mission verfolgen wir mit drei Säulen, auf denen die neue wirtschaftliche Evolution der Welt gründet und zwar ist das Bildung Miteigentum und das MLCI Geschäft. Was das bedeutet, erkläre ich euch dann auch später noch in ein paar Minuten. Wir starten mit dem Bereich Bildung. Die Akademie für Privatinvestoren wurde bereits 2011 gegründet. Das ist ein Online-Portal zur Schulung und Förderung der Finanzkompetenz hatte damals schon mehr als 100.000 Studenten und bietet eine Vielzahl von Kursen und Trainings an. Zum Beispiel eben diese acht Regeln des Privatinvestors, die ich vorher schon erwähnt hatte. Da geht es darum, zuerst einmal die Terminologie richtig zu verstehen, also den Unterschied zu kennen zwischen einem Vermögenswert und einer Verbindlichkeit. Auch den Unterschied zwischen finanzieller Unabhängigkeit und finanzieller Freiheit. Und was ist eine Investition und was heißt es zu investieren? Dann werden da auch die fünf Gebote des Investors besprochen. Wie wichtig es ist, eine Finanzplanung zu machen? Was verstehe ich unter Diversifikation und warum ist das so wichtig? Dann geht es auch um Investitionsdisziplin, dass man weder faul noch gierig werden darf, sich permanent weiterbilden muss und auch sein Investitionskapital immer weiter erhöhen muss. Und ihr seht hier die erste Regel bei den fünf Geboten ist sparen sie zehn Prozent bei allen Einnahmen. Das sind die magischen zehn Prozent. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch macht denn das wirklich? Wer legt zehn Prozent von allen Einnahmen, die er hat, zur Seite? Sprich, wer bezahlt sich selbst als erster? Wer tut das? Schreibt es mal in den Chat, bitte. Schreibt eine Eins, falls ihr das macht, und schreibt es eine Null, falls ihr es nicht tut. Na, immerhin. Eine Eins habe ich da schon. Eins, eins, okay. Sehr gut. Gratulation an alle, die das 0,5 haben. Jedes zweite Monat. Gut. Okay, sehr fein. Also, der ein oder andere ist da schon sehr diszipliniert. Super, finde ich toll. Großer Adjekt. Wir uns an diese Regeln zu halten, zum Beispiel mit Hilfe eines Spiels, das sogenannte Finanzgenie. Das ist ein wirtschaftliches Brettspiel, das reale Ergebnisse simuliert und Hauptziel dieses Spiel ist es, in den Kreis des Reichtums, das ist der äußere Kreis, in diesem Spiel einzutreten. Und dieses Spiel ist wirklich genial. Ich hatte das Glück, das einmal spielen zu dürfen. Es fördert die finanzielle Fähigkeit und es macht einfach richtig viel Spaß, also richtig viel Spaß und es gibt nichts Schöneres als spielerisch zu lernen und natürlich durch Wiederholung und da festigt sich das Wissen dann auch ganz stark. Das ist eines unserer Instrumente, das wir eben benutzen. Wie sieht euer Portfolio aus? Wenn ich mal kurz frage, seid ihr noch hier auf der linken Seite irgendwie fest im Job und verdienst Geld und das Geld gebt ihr dann wieder aus und dann lasst ihr zurück in den Job um wieder Geld zu verdienen das ihr dann wieder ausgeben können also permanent im Halmsterrat falls ja dann schaut euer Portfolio wahrscheinlich so aus wie das 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 ihr auf der rechten Seite seht da gibt es ein Gehalt also eine Einkommensquelle und dann wird mehr oder weniger freiwillig für die Pension noch weil es normal ist das wurde uns beigebracht als normal und ich habe hier ein nettes Zitat gefunden was ist denn normal normal ist sich Kleidung anzuziehen die man sich für den Job gekauft hat und im Stau zu stehen in einem Auto das man immer noch abbezahlt nur um zu einem Job zu kommen den man braucht und für die Kleidung und das Auto zu bezahlen und für das Haus das was wir als Normalität bezeichnen warum weil wir so gelernt haben für Leute die mit diesem Rich Dad Bewusstsein aufgewachsen sind ist das alles andere als normal und wie könnte der Ausweg sein für viele ein Lotto gewinnen das ist das einzige was sie sich vorstellen können um da irgendwie aus diesem Rad raus zu kommen leider ist es eine traurige Tatsache dass die meisten Lottogewinner innerhalb kürzester Zeit wieder pleite sind und oft sogar finanziell schlechter darstellen als sie vor dem Lottogewinnen dargestanden sind und warum weil sich ihre Einstellung nicht geändert hat weil sie nie gelernt haben mit dem Geld umzugehen weil sie nie gelernt haben das Geld für sich arbeiten zu lassen es kommt nämlich überhaupt nicht darauf an wie viel Geld man hat sondern es kommt einzig und allein darauf an was man mit dem Geld das man hat macht und das eigene Einkommen kann sich nur in dem Maße entwickeln wie die eigene Persönlichkeit sich entwickelt sonst nützt der ganze schöne Lottogewinn nichts oder zumindest nicht langfristig macht nur kurzfristig Spaß wenn ich euch jetzt frage welches Finanzportfolio möchtet ihr denn gerne hättet ihr gerne das linke oder dann doch lieber das rechte hier eins für links und zwei für rechts bitte in den chat aha okay na dann doch zwei na schau ja ich hätte auch lieber das rechte und wie wäre es mit dem wer wäre interessiert daran so ein Portfolio zu besitzen ich habe es mal eins falls ja sehr cool ich habe gute Nachrichten für euch wollt ihr könnt ihr ja und zwar über unser Miteigentum das wir anbieten an diesem Portfolio wie das aussieht das möchte ich euch mit einem kurzen Film zeigen und Aktionär des globalen Investitionsportfolios zu werden das in mehr als 20 Segmenten und Sektoren des Investitionsmarktes tätig ist Krypto Unit ist eine Chance für die Menschen die Realität ihres Lebens zu verändern das zu tun was sie möchten und den Wohlstand und Fülle zu leben für die Gesellschaft von Bedeutung zu sein und anderen Menschen einen großen Nutzen zu bringen das Problem der Klassenunterschiede zu lösen und Armut und Zerstörung zu beseitigen die besten Möglichkeiten zu schaffen die es nur einmal im Leben eines jeden ist zu ein 策lern ein ist das das ist das Krypto Unit Programm bietet die Möglichkeit Miteigentümer Teilhaber und Aktionär des globalen Investitionsportfolios zu werden das in mehr als 20 Segmenten und Sektoren des Investitionsmarktes tätig ist Krypto-Unit ist eine Chance für die Menschen, die Realität ihres Lebens zu verändern, das zu tun, was sie möchten und in Wohlstand und Fülle zu leben, für die Gesellschaft von Bedeutung zu sein und anderen Menschen einen großen Nutzen zu bringen, das Problem der Klassenunterschiede zu lösen und Armut und Zerstörung zu beseitigen, die besten Möglichkeiten zu schaffen, die es nur einmal im Leben eines jeden Menschen gibt. Das Krypto-Unit-Programm ist das, worauf 90% der Menschen auf dem Planeten gewartet haben. Beeilen Sie sich, um Ihre Chance, Ihr Glück und Ihre Sicherheit zu nutzen. Kontaktieren Sie die Person, die Ihnen dieses Video gegeben hat. Aber jetzt. Und das sind jetzt die Investitionssektoren, die unser Portfolio abdeckt. Das sind 20 verschiedene Bereiche, angefangen von der Bildung über den Bankensektor, Aktien, Devisen, Krypto, Immobilien ist mit dabei, dann der Wissenschaftssektor, Edelsteine, Edelmetalle, Raumfahrtentwicklungssektor bis hin zum Wohltätigkeitssektor. Also ganz, ganz breit aufgestellt, ganz breit diversifiziert. Da sind wir bei der Diversifikation. Warum ist das so wichtig? Um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig auch die Gewinnchancen zu maximieren. Der Wert dieses Portfolios liegt mittlerweile, ich habe das Eingang schon kurz erwähnt, bei 404 Millionen Units steht hier und Unit entspricht einem Dollar. Also 404 Millionen Dollar von 2014 26.000 Dollar. Das heißt, innerhalb von sechs Jahren haben wir diese enorme Zuwachs generieren können. Das entspricht ungefähr einem täglichen Wertzuwachs von circa 30 Prozent. Und das ist jetzt der neueste Stand, den ich habe, also März 2020. Der Crew-Token, dieser Security-Token, ist auch bereits auf der Blockchain gelistet. Wir nutzen noch die Ethereum-Blockchain seit 15.02. An der eigenen wird gearbeitet und spätestens Ende April werden wir dann auch auf der eigenen Blockchain unterwegs sein mit unserem Security-Token. Ich habe hier jetzt einige Beispiele für euch, damit ihr mal eine Vorstellung davon bekommt, worin wir investiert sind. Zum Beispiel ist das hier eine japanische Take-away-Restaurantkette, die sich zum Ziel gesetzt hat, in den nächsten zehn Jahren 50.000 Restaurants weltweit zu eröffnen. Die geschätzte Kapitalisierung allein dieses Unternehmens liegt bei 100 bis 250 Milliarden US-Dollar. Dann haben wir hier den Bereich der innovativen Transporttechnologie. Das war auch das Bild, das mich damals abgeholt hat, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Und als Umwelttechnikerin dann doch meine, die ein oder andere technische Entwicklung so mitzubekommen am Rande. Das fand ich sehr, sehr spannend. Das ist ein System, das nicht auf der Straße, also am Grund und Boden fährt, sondern auf Teil- bzw. Schienensystemen, die zwischen Ländern gespannt sind. Deswegen brauchen wir auch wirklich nur minimal an Land, dass hier, wo die Erde verdichtet werden muss, im Unterschied zu normalen Straßen oder Bahntrassen, die die Erde derart verdichten, dass sich Mikroorganismen erst nach 100 Jahren wieder ansiedeln können, selbst wenn die Straße entfernt ist. Das Marktvolumen von dieser Technologie liegt bei 500 Millionen Dollar. Also das ist Wahnsinn. Es ist ökologisch, es ist sicher und es ist auch noch billiger als jede Autobahn mit 5 bis 10 Millionen pro Kilometer. So, Gold, wir haben vier Goldminen, die momentan sehr, sehr gut performen, muss man sagen. Die sind hier im Ural- und Ghana-Gold, also auch in Edelmetallen sind wir investiert. Dann, das ist ein Beispiel für ein Loyalty-Management-System, das wir investiert sind. Das ist eine weltweite Plattform für Unternehmer und Konsumenten und hilft natürlich, Budget zu sparen, Werbekosten zu reduzieren und die Kundenbindung zu erhöhen. She-Card nennt sich das Ganze. Die Filmindustrie ist vielleicht auch ganz spannend. Wir sind auch in der Filmindustrie investiert und zwar am asiatischen Markt vor allem. Das erste Projekt der Dragon Man, das seht ihr hier rechts unten, ist bereits am Laufen und es sind noch ganz, ganz viele weitere Projekte geplant. Hier habt ihr ein Beispiel für Edelsteine, das heißt, wir haben eine Diamantenproduktion. Nächstes Beispiel, Basalt-Technologie, finde ich auch sehr, sehr spannend. Das ist ein Gestein, also ein Material, das das Potenzial hat, die meisten vorhandenen Materialien zu ersetzen. Es ist sehr, sehr einfach zu verarbeiten. Es ist wirtschaftlich, es ist quasi unerschöpflich, weil es nachproduziert wird, sobald sich die Erdkruste öffnet. Es ist in Erd, das heißt, es reagiert mit gar nichts. Und es kann auch immer wieder hundertprozentig recycelt werden, weil es einfach wieder einschmelzbar ist. Und man kann dann neue Konstruktionen daraus schaffen und kann Stahl ersetzen in Stahlbetontauten zum Beispiel oder Hitzeschilder in Space Shuttles. Also ganz, ganz universell und vielfältig einsetzbar. Wer hätte denn gerne Anteile an so einem Portfolio und das Ganze auch noch geschenkt? 100 Units gibt es als quasi Willkommensgeschenk von diesem Portfolio bis einschließlich 30.04. Das heißt, alle neue Kunden, die sich hier im Crew Account registrieren, bekommen zusätzlich 100 Crews geschenkt, nachdem sie irgendein beliebiges BB gekauft haben. Das ist unser Willkommensbonus. STO hatte ich vorher erwähnt. Hier ganz kurz erklärt, was ist ein STO? Ein sogenannter Security Token ist nichts anderes als ein IPO auf der Blockchain. Das heißt im Prinzip, die Kombination des IPO und ICO ist der STO. Was heißt das? IPO steht für Initial Public Offering. Also ganz kurz erklärt, das sind die klassischen Firmenanteile, die man erhält. Die sind ganz streng reguliert, sind auch zentralisiert. Ist ein relativ teurer Prozess. Und Unternehmen und Startups verlieren dadurch leider oft die Kontrolle und das Eigentum über ihr Unternehmen. Ein ICO steht für Initial Coin Offering. Das sind die klassischen Utility Tokens, die jetzt keine rechtlichen Rahmenbedingungen erfordern, wo im Prinzip jeder sowas auch machen kann, der die Technik beherrscht. Sie sind leider sehr anfällig gegenüber Betrug, sind vollständig dezentralisiert und auch vollständig anonym. Und ein STO, das steht für Security Token Offering, das ist ein Token, der auf einem realen Vermögenswert basiert. Das heißt, der Wert des Tokens ist gesichert durch einen Vermögenswert, der im Hintergrund steht. Das wird reguliert durch KYC oder AML-Verifikation. Startups behalten dadurch auch die Kontrolle. Man erhält quasi Eigentumsanteile und das ist zentralisiert genauso wie dezentralisiert. Das nur ganz kurz am Rande für all diejenigen, die diese Begriffe jetzt vielleicht noch nie gehört haben sollten. Zu unserem Krypto-Unit-Programm. Crew ist der Name dieses Security Tokens und das Programm ist in drei Phasen aufgeteilt. Phase 1 ist bereits abgeschlossen. Wir sind in Phase 2. Die ist für 8 bis 17 Monate geplant. Im Zuge dieser Phase werden 20 Milliarden Crew in Umlauf gebracht. Phase 2 war auch die offizielle Projekteröffnung und ermöglicht den weltweiten Verkauf von Crew Token. Gefolgt von Phase 3. Das ist die Phase des weltweiten Merchandisings. In Phase 3 ist der Anlagenwert, den wir anstreben, also unser Zielwert liegt bei 100 Billionen Dollar. Ich muss das immer wieder betonen. Das ist die deutsche Billion, also die mit den 12 Nullen, weil es ja da kleine Unterschiede gibt in der Nomenklatur zwischen deutscher und englischer Sprache. Also 100 und dann nochmal 12 Nullen. Geplant ist die Phase für 4 bis 8 Jahre. Im Zuge dessen werden dann wieder ein paar Milliarden Crew in Umlauf gebracht. Insgesamt werden 80 Milliarden Crews ausgegeben und bei einem Anlagenwert von 100 Billionen entspricht dann der Wert eines Crews 1.250 Dollar. Also das ist unser Ziel, dass jede Crew einen Wert von mindestens einem Gold wahren hat. So, jetzt habe ich euch gesagt, wie kommt ihr zu den Crews? Ja, ganz einfach, indem ihr an unserem Bildungsprogramm teilnehmt. Das Bildungsprogramm besteht aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Paketen, die sich in ihrem Umfang und dem Lerninhalt unterscheiden. Und in Abhängigkeit von der Größe des Paketes erhaltet ihr als Bonus die Crew-Token on top als Geschenk quasi. Also beispielsweise ein Paket, das 1000 Units kosten würde, also 1000 Dollar, würdet ihr 11 Kurse mit fast 1000 Minuten Schulungsinhalt erhalten und als Bonus obendrauf 14.300 Crews. Und das Geniale an diesem Paket ist jetzt nicht nur die Wertsteigerung des Crews, sondern es werden ja auch in Abhängigkeit der Anzahl der Crews, die ihr erhaltet, Anteile ausgeschüttet. Ja, sowas ähnliches wie Dividenden monatlich. Die sind jetzt noch nicht so hoch, klar, weil der Crew ja auch noch nicht seinen Zielwert erreicht hat. Aber sobald er das hat, ist der Plan mindestens 1 Dollar bis 50 Dollar pro Crew monatlich an Dividenden auszuschütten. Das heißt also, worst case, würdet ihr in 4 bis 8 Jahren ein monatliches passives Einkommen von 14.300 Dollar erhalten. In meinem Beispiel jetzt. Und das für eine einmalige Investition von 1000 Dollar. So, und nachdem wir wirklich so vielen Menschen wie möglich helfen möchten und so vielen Menschen wie möglich auch die Chance geben möchten, hier teilzunehmen, sind wir uns durchaus bewusst, dass für manche Leute, wenn wir hier nochmal zurückgehen, selbst 50 Dollar noch eine Herausforderung sind oder der ein oder andere möchte einfach gerne ein größeres Paket, kann das aber nicht auf einmal bezahlen. Ja, deswegen haben wir hier auch die Möglichkeit der Ratenzahlung geschaffen und das Ganze ohne Abstriche zu machen bei der Anzahl der Crews. Ja, also ihr könnt hier auch so wie eine Art Sparplan in 5 bis 10 Monatsraten größere Pakete erwerben, euch damit die komplette, also die volle Anzahl der Crews sichern. Und habt aber die Möglichkeit, das sehr bequem in den monatlichen Raten abzubezahlen. Entweder zum Beispiel, also hier jetzt 10 mal 100 Dollar wären insgesamt diese 1000, die ich vorhin auch hatte im Beispiel. Und wie ihr seht, sind es immer noch 14.300 Crews, die ihr dafür bekommt. Oder entsprechend 250 mal 10, dann wären es 40.000 Crews. Oder das, was ich jetzt für meinen Sohn auch gemacht habe, die 10 mal 500, 5000 Dollar, das gesamte Paket. Und dafür gibt es 80.000 Crews obendrauf als Geschenk. Und wie ihr seht, fangen die Pakete schon bei 20 Dollar im Monat an. Das heißt, das sollte dann auch für jeden Studenten oder jeden, der halt noch nicht so hohes Einkommen hat oder einfach in Ländern lebt, wo das Einkommensniveau generell etwas geringer ist, möglich sein. Wer von euch hätte gern noch ein bisschen ein zusätzliches Geschenk? Irgendwer interessiert noch an zusätzlichen Geschenken? Also, ihr kriegt ja die 100 Units Willkommensgeschenk bis zum 30.04. noch. Und dann gibt es auch noch ein E-Book dazu, die Weisheiten rund ums Geld, das ihr erhaltet. Und das Ganze wieder kostenlos als Bonus von uns geschenkt. So, und dann wären wir auch schon bei der dritten Säule unseres Geschäftsmodells. Das heißt MLCI, das steht für Multilevel Crowd Investing Business. Wir sind Partner mit einer gemeinsamen Vision. Und wie dieses Geschäft funktioniert, erzähle ich euch jetzt auch noch ganz kurz. Da habt ihr es nochmal ausgeschrieben, Multilevel Crowd Investing. Also, was haben wir bis jetzt erreicht? New wurde 2014 implementiert. Wir sind jetzt bereits 1,3 Millionen Partner weltweit. Wir betreiben Geschäfte in mehr als 150 Ländern und ermöglichen all unseren Mitgliedern Programme zur Bildung von Wohlstand und auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Weil, wie ich vorher schon gesagt habe, euer Einkommen kann sich nur in dem Maße entwickeln, wie auch eure Persönlichkeit wächst. Und was wir mit dem Multilevel Crowd Investing auch bieten, ist eine weltweite Geschäftsmodell. Für alle, die es genau wissen wollen, 1.274.549. Die Zahl ist aber auch schon ein paar Tage alt, also wird sie da hinten schon das eine oder andere wieder getan haben. Wie haben wir diese Ergebnisse erreicht? Mit einem System, das das Beste aus dem Multilevel Marketing herausgenommen hat. Die Stolpersteine entfernt hat und es für jeden Menschen ermöglicht, hier Geld zu verdienen. Also, 100% unserer Mitglieder verdienen Geld. Und es ist ganz egal, ob das Mama, Papa, Oma, Opa oder Kinder sind. Wie ich vorhin erwähnt habe, ich habe auch schon einen Account für meinen Sohn gemacht und das funktioniert wunderbar. Und der verdient auch schon Geld. Der hat in den letzten zwei Tagen 700 Euro verdient. Ist ja ganz stolz zu mir gekommen, wollte es natürlich gleich mal wieder ausgeben. Zum Glück hat der Mediamarkt gerade zu. So bin ich da mit einem blauen Auge da vorgekommen. So, ja, Multilevel Marketing, ganz kurz erwähnt, das ist ein Geschäft, das irgendjemanden gehört. Ja, der hat die Firma gegründet und ihr als Vertriebspartner, ihr sitzt hier außen. Das heißt, ihr habt es entwickelt, was mitzureden. Ihr könnt zwar die Produkte nutzen und vertreiben, aber das Unternehmen gehört euch nicht. Beim Multilevel Crowd Investing ist das ein anderes Geschäft. Also, uns gehört das Unternehmen selbst. Ja, also wir alle sind Miteigentümer von diesem Portfolio, haben folglich auch wesentlich mehr Mitspracherecht. Nochmal kurz gegenübergestellt, Entschuldigung, es war gerade mein Junior, wenn man von der Sonne spricht. Nochmal kurz gegenübergestellt, ein klassisches Produkt, Network Marketing und das Multilevel Crowd Investing. Bei der klassischen, Entschuldigung, ich muss ganz kurz unterbrechen. So, weiter geht's. Bei dem klassischen Produkt, Network Marketing, bekommt man in aller Regel eine sehr gute Geschäftsausbildung, aber keine Investitionsausbildung. Wir haben auch die Investitionsausbildung mit dabei. Mein Chat blinkt gerade, Moment. Die Kinder, ja genau. Ja, ja, die Kinder. Okay, so, Faden verloren, Einkommen, da waren wir. Beim normalen Network Marketing kriegst du Einkommen aus deiner eigenen Arbeit, also aus deiner persönlichen Verkäufe und auch aus der Arbeit der Struktur. Allerdings ist das Einkommen meist limitiert durch die Ebenen und es ist kein wirkliches passives Einkommen, weil du permanent natürlich arbeiten musst, um da Einkommen zu erzielen. Beim Multilevel Crowd Investing ist es so, dass wir genauso Einkommen aus der Struktur erzielen, aber auch aus den Vermögenswerten des Unternehmens und aus unseren persönlichen Investitionen. Wir haben auch keine Notwendigkeit, ständig irgendwas einzukaufen und dann kontinuierlich weiter zu verkaufen, sondern ein einmal erworbener Vermögenswert bietet Gewinn und auch Vergütung für daraus resultierende Investitionen. Also auch mit dem einmaligen Investment werde ich hier Geld verdienen. Wenn ich einen bestimmten Rang erreicht habe, dann sinkt der auch nie. Den muss ich nicht permanent bestätigen oder muss immer wieder Mindestumsätze bringen, wie das im üblichen Produktnetzwerk üblich ist. Wir haben hier die großartige Möglichkeit, wirklich aktiv zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen beizutragen und auch aktiv zur Verbesserung der Ökologie des Planeten beizutragen. Wir werden Mieteigentümer, also wir haben wirklich das Eigentum an innovativen Unternehmen halten wir und wir haben hier absolut keinen Druck. Das finde ich sehr, sehr angenehm, wenn jemand diese Möglichkeit nur für sich selbst nutzen möchte und keinem Menschen auf der ganzen Welt davon erzählen will, dann darf er das. Er wird trotzdem Geld verdienen. Zwar nicht so viel wie derjenige, der darüber redet, aber er wird Geld verdienen. So, das hier nochmal kurz zusammengefasst. Was kann Multilevel Crowdinvesting? Wir bieten Schulungen, unbegrenztes sofortiges Einkommen, ein internationales Geschäft ohne das Haus zu verlassen. In Zeiten wie diesen sehr, sehr vorteilhaft. Wer Coach werden möchte, kann das auch tun. Also wir haben hier auch die Möglichkeit, internationaler Business Coach zu werden. Dann bieten wir ein Treueprogramm, das sogenannte Loyalty, der Loyalty-Bonus, bis Oktober 2021 wird er ausbezahlt. Dann gibt es diesen Basisbonus, der an keinerlei Bedingungen geknüpft wird, der sogenannte Profi-Bonus, den jeder erhält. Wir profitieren auch an der Kapitalisierung des Portfolios und natürlich dann auch am weltweiten Merchendeisen. Zwei Beispiele, wie das Rad des Geschäftswachstums aussehen kann. Wenn ich als passiver Partner weniger Menschen hier ins Unternehmen bringe, dann werde ich natürlich ein geringeres Volumen erzielen. Damit ein schlechteres Geschäftsergebnis. Damit habe ich ein kleineres Portfolio. Das zu kleineren Auszahlungen führt. Das ist dann vielleicht nicht so interessant für Menschen. Das heißt, es wird weniger Anmeldungen geben und so weiter. Wenn ich hingegen hier aktiv bin und viele Menschen diese Möglichkeit gebe und davon erzähle, habe ich natürlich mehr Anmeldungen, dementsprechend ein größeres Volumen, ein besseres Geschäftsergebnis. Dadurch wird das Portfolio größer. Es kommt zu höheren Auszahlungen. Und je höher die Auszahlungen sind, umso attraktiver wird das ganze Modell für weitere Menschen. Und wir haben dann entsprechend mehr Anmeldungen und dann wieder größeres Volumen, besseres Geschäftsergebnis und so weiter und so fort. Und die Erfolgsspirale schraubt sich dann nach oben. Möchtest du vielleicht ein bisschen mehr verdienen oder Teil eines globalen Geschäfts mit unbegrenztem Einkommen sein? Vielleicht möchte der ein oder andere auch als internationaler Coach arbeiten und Menschen helfen? Oder einfach nur von erfolgreichen Menschen umgeben sein und selbst auch erfolgreich werden? Oder vielleicht möchte der ein oder andere finanziell frei werden und seine Träume wahr werden lassen? Wenn ihr nur eine dieser Fragen mit Ja beantworten könnt, dann seid ihr hier bei New Gold richtig. Wenn ihr euch heute gleich noch registriert, dann sichert ihr euch damit auch noch ganz, ganz tolle Geschenke. Nämlich, also der Link bitte nur verwenden, wenn ihr von mir eingeladen worden seid. Für alle anderen bitte den Link, den ihr von euren Partnern zu besandt bekommen habt. Also, ganz, ganz viele Boni haben wir, die habe ich vorher schon erwähnt. Gehen wir dann später noch ein bisschen genauer darauf ein. Jetzt zu den Aktionen und Neuigkeiten. Das Programm ist vor einem Jahr gestartet. Das heißt, wer am Anfang mit dabei war, hat natürlich ganz, ganz, ganz viele Crews bekommen. Und die ersten prozentuellen Anteile dieser Crews sind bereits freigeschalten worden und können auch schon getauscht werden. Und sind auch bereits getauscht worden im bis jetzt noch geschlossenen Rahmen. Das heißt, nur in unserer Gemeinschaft. Dann haben wir ein neues, einen neuen Account gestartet. Den sogenannten API-Account. Der steht für Academy of Private Investors. Das heißt, alle, die sich jetzt anmelden, werden in diesem neuen Account sich registrieren und müssen dann die Crew freischalten. Das heißt, alle Crews, die ihr erhaltet, werden im Crew-Account registriert. Die Pakete, die Bildungspakete sind im API-Account. Und der Crew-Account wird aber freigeschalten, sobald ihr das erste Paket erwerbt. Dann haben wir unsere nächste große Veranstaltung im Oktober 19.20. ist das Event in Moskau. Da freue ich mich, wenn ich möglichst viele von euch dort sehe. Da wird auch das Finanzgenie-Turnier stattfinden. Das heißt, da können wir dann alle gemeinsam spielen. Ich weiß, dass der eine oder andere da schon sehr, sehr interessiert daran ist, dieses Spiel mal auszuprobieren. Und der Verkauf der Tickets startet jetzt im April. 1.000 Units, also 1.000 Dollar ist der Preis für ein Ticket. Und um dorthin zu können, müsst ihr Consultant oder höher sein, mindestens, um überhaupt an diesem Event teilnehmen zu können. Aber mit diesem grenzgenialen Express-Bonus, den wir zurzeit haben, seht ihr überhaupt kein Problem, dass ihr da alle mit dabei seid. Was gibt es noch? 10% Rabatt, wenn ihr euer Wallet mit Kryptowährung aufladet. Also wenn ihr Bildungsinformationspakete kaufen möchtet, müsst ihr zuerst eure Brieftasche im Backoffice aufladen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten mit Kreditkarte oder Banküberweisung oder eben auch mit Bitcoin oder Ethereum. Und wenn ihr diese Möglichkeit wählt, dann gibt es eben 10% Rabatt auch noch. Also dann kostet das 1.000 Units-Paket zum Beispiel nur mehr 900 Units für die gleiche Anzahl der Crews. Und dann haben wir auch noch die Promotion, die ich jetzt vorhin schon erwähnt hatte. Express-Bonus nennt sich das. Die gilt im Zeitraum vom 30.03. bis zum 31.12. Das heißt, für alle Partner, die schon registriert sind, war der Start der Promotion auch der 30.03. Für alle neuen Partner, die sich jetzt registrieren, ist der Start ihres Qualifikationszeitraums der Tag der Registrierung. Und was heißt das? Ihr bekommt hier beim Erreichen von verschiedenen Rangstufen zusätzliche Boni zu euren Verdiensten oder Kommissionen, die ihr sowieso erhaltet. Da gibt es zusätzlich noch Bonus-Auszahlungen in der Höhe von 350 Dollar bis maximal 134.000 Dollar, die da zusätzlich bezahlt werden. Wie funktioniert das? Zum Beispiel als Agent, das heißt, ich starte hier als Partner mit einem Mindestinvest von 200 Dollar. Dann teile ich diese großartige Möglichkeit mit fünf Leuten, mit fünf Partnern, die auch alle mit mindestens 200 Dollar Paketen starten. Und wenn ich das innerhalb von 25 Tagen schaffe, dann erhalte ich zusätzlich zu meinem normalen Einkommen noch 350 Dollar als Bonus obendrauf. Die nächste Stufe wäre dann der Consultant. Da ist der persönliche Umsatz mindestens 500 Dollar. Ich helfe meinen fünf Partnern, selbst Agent zu werden, also selbst fünf neue Partner anzuziehen. Fünf mal fünf, deswegen auch der Name dieser Express-Qualifikation, fünf mal fünf Promotion. Wenn ich das innerhalb der nächsten 50 Tage schaffe, bekomme ich zusätzlich noch einen Bonus von 800 Dollar. Das geht weiter. Nächster Start Manager, persönlicher Umsatz mindestens 1.000. Ich helfe meinen Agenten jetzt Consultant zu werden und erhalte dann einen Bonus von 1.700 Dollar, wenn ich das innerhalb von 100 Tagen schaffe. Und nächste Stufe Leader Manager, da wären es dann 4.000 Dollar, wieder das gleiche Spielchen. 5 mal 5 mal 5, 125 Tage Zeit und wie gesagt 4.000 Dollar als Bonus obendrauf. Als Leader Manager ist mein persönlicher Umsatz 2.500 Dollar. Das heißt, man erwartet einfach auch von Führungskräften, dass sie sich weiterbilden und lernen und entsprechend Bildungspakete herkaufen und um Schulungen konsumieren. Kurz zusammengefasst, wie würde das für euch aussehen nach vier Monaten, wenn ihr den Rang des Leader Managers erreicht habt? Eure eigene Investition war 2.500 Dollar. Was habt ihr verdient? In den ersten 25 Tagen 430 Dollar und das ist jetzt kalkuliert mit dem Mindesteinsatz jedes Partners. Also jeder Partner, der neu ins Geschäft kommt, nur den Mindesteinsatz von 200, 500 und so weiter Dollar getätigt hat. Dann hättet ihr in den nächsten 50 Tagen 1.150 Dollar verdient. Dann wären es 3.070 Dollar und nach vier Monaten wären es 9.725 Dollar. Das heißt, in Summe 14.375 Dollar, die ihr verdient habt, abzüglich eures eigenen Invests von 2.500, habt ihr einen Reingewinn von 11.875 Dollar. Und das Ganze, indem ihr einfach nur fünf Partnern helft, das gleiche zu tun, wie ihr selbst, nämlich euer Leben zu verändern. So, das Ganze geht dann noch weiter mit Top-Manager, Vice-Präsident, Präsident und je nachdem, wie viele Präsidenten man dann hilft, selbst Präsident zu werden. Ich möchte es gar nicht so genau jetzt durchgehen, weil das sind Zahlen, die sich der ein oder andere vielleicht gar nicht vorstellen kann. So ein Bonus von 134.000 Dollar, einfach mal obendran, denke ich, kriegt man auch nicht jeden Tag. Aber wen es interessiert, wir können uns gern dann noch gesondert darüber unterhalten. So, hier nochmal zusammengefasst, dieser Express-Bonus, eben 30.03. bis 31.12. Und für neue Partner beginnt der Zeitraum eben ab dem Tag der Registrierung. Die Boni nochmal ganz kurz, wir haben die 100 Units als Willkommensgeschenk, dann den Kurs, der freigeschaltet wird und zwar schon mit der Aktivierung des Accounts für nur 10 Units. Dann gibt es das E-Book obendrauf für die ersten 10, die sich jetzt registrieren und bitte immer den Link verwenden von demjenigen oder derjenigen, die euch eingeladen hat. So, und für die ersten 5, die ein BIP kaufen, habe ich noch einen extra Bonus für euch. Und zwar gibt es da nochmal einen Workshop, erste Schritte, um das Geschäft zu boomen, im Wert von 79 Euro. Ich muss mich umschalten auf die Euro. Dann gibt es Build Your First E-Mail List, das ist ein Workshop im Wert von 299 Euro. Das Ganze hat also in Summe einen Wert von 378 und das gibt es für umsonst auch noch mit dazu. Allerdings nur für die ersten 5, da müsst ihr jetzt schnell sein. So, ja kostenlos, wunderbar. Dankeschön, damit sind wir am Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich stoppe jetzt mal das Bildschirm, jetzt sage ich wieder Sharing, aber mir fällt kein deutsches Wort ein. Also, die Bildschirmfreigabe und stehe zur Verfügung für Fragen und Antworten, so ihr denn welche habt. Einfach mal selbst entstummen, falls es Fragen gibt. Vielen Dank. So, ich höre es rauschen. Keine Fragen? Umso besser. Habt ihr euch alle sprachlos zurückgelassen? Ein bisschen schon, ja. Okay, ja. Kurz noch zu den Manager-Positionen. Genau, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt sagen wir als Beispiel Top-Manager hat man ja 8000 Units Bonus. Also wir werden alles in Units ausbezahlt. Genau, also in Dollar in dem Fall. Also ein Unit entspricht einem Dollar. Wir bekommen das in Units, aber du kannst das dann in diversen Währungen auszahlen lassen. Das ist nur eine Möglichkeit, damit wir umrechnen können. Das heißt, einerseits könnte ich das wieder brauchen, zum Beispiel noch mehr Crews zu kaufen oder noch mehr Billing-Programme. Oder ich kann mir das aber auch noch auszahlen als Dollar oder als Ethereum auf mein Bankkonto sozusagen. Ganz richtig. Genau. Du bekommst das auf deinem Bonus-Account ausbezahlt und du kannst es dann verwenden, um weitere Investitionen zu tätigen oder es dir einfach auszahlen lassen. Ganz richtig. Per Ethereum, dann richtig. Wie bitte? Per Ethereum, dann. In Ethereum, ja bitte, auch in Ethereum. Aber zum Beispiel. Ja. Das geht, ja. Was verbietet man so als Top-Manager? Das sehe ich, glaube ich, gar nicht so richtig. Also im Monat. Als Top-Manager, jetzt muss ich überlegen, was hat die Alena für eine Position? Ich meine, die ist Leader-Manager. Das ist jetzt eine Stufe unter dem Top-Manager. Also ohne Gewehr. Also ich glaube, Alena, das ist mein Sponsor, die ist Leader-Manager und die hat mir letztens erzählt, dass sie durchschnittlich 7.000 bis 8.000 Pfund, die ist aus England, also sie hat im Grund. Also 7.000 bis 8.000 Pfund, hat sie gesagt, waren es in den letzten Monaten immer bei ihr. Was hast du gesagt, bist du eingefroren? Ich habe gar nichts verstanden, leider. Immer was spannend wird, oder? Ja, auf jeden Fall. Also nochmal, Alena, mein Sponsor, die ist meines Wissens Leader-Manager, also noch nicht Top-Manager, das ist eine Stufe drunter. Und die hat mir letztens erzählt, dass sie in den letzten Monaten, also immer so durchschnittlich 7.000 bis 8.000 Pfund hatte. Dann habe ich noch eine andere Frage, und zwar, wenn man langsam ein Team aufbaut, dann entwickelt sich eine Struktur. Wo kann ich eigentlich meine Struktur sehen, wo es aufgelistet ist? Gibt es die Möglichkeit überhaupt? Ja, die gibt es, und zwar in deinem Backoffice gibt es auch einen Button, der heißt Struktur. Und da siehst du die Gesamtanzahl der Menschen, die in deiner Struktur sind, auch die Anzahl der Partner mit unterschiedlichen Rängen. Und dann kannst du suchen oder selektieren nach diversen Kriterien. Du kannst dir dann zum Beispiel alle anzeigen lassen, die innerhalb der letzten Woche sich registriert haben. Oder alle, die in deinem ersten Level sind, oder alle, die in deinem zweiten Level sind, oder alle, die über 1.000 Dollar investiert haben, und so weiter. Okay. Ist das bei API oder bei Crew? Bei beidem. Okay. Das siehst du bei beiden. Also bei Crew und bei API ist die gleiche Struktur drinnen. Sonst noch Fragen? Nö? Okay. Na wunderbar. Christoph ist ganz verzweifelt. Das war nicht die Verzweiflung, sondern das war einfach ein Nein zu sagen, dass es keine Fragen gibt. Okay. Weil du das so gut gemacht hast, Sonja. Nein, danke, danke. Okay. Na schön, meine Lieben, wenn keine weiteren Fragen sind, dann sage ich erst mal danke für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr alle dabei wart. Die nächsten Schritte werden euch, danke Markus, die nächsten Schritte werden euch eure Sponsoren, sage ich jetzt mal, erklären, also die, die euch eingeladen haben. Das heißt, wer jetzt noch nicht dabei ist, die nächsten Schritte registrieren, mit dem Backoffice vertraut machen, BIP aussuchen, Geld aufladen, einkaufen, Gruß kassieren, Leben genießen. Vorher noch ein paar Leute davon erzählen, das wäre gescheit. Okay, und wir, können wir die Präsentation bekommen, die deutsche Präsentation, die Slides meinst du jetzt? Ja, die Slides. Ich denke, da brauche ich deine E-Mail-Adresse, Priscilla, weil schicken kann ich die nicht, die ist zu groß, du musst sie auf Google Drive stellen. Ja, also du hast ja meinen Kontakt, also über Messenger sind wir ja verbunden, dann schickst du mir einfach deine E-Mail-Adresse und genau, dann werden wir das so austauschen. Gut, also dann, jetzt aber, jetzt aber wirklich, danke, dass ihr dabei wart und schöne Zeit und bis hoffentlich bald und ich freue mich, wenn wir uns alle nächste Woche wiedersehen, jeder mit fünf neuen Partnern. Ciao, ciao. Super, danke dir, ciao, ciao. Ciao.